... seit langem aus Deutschland und beschränkt sich auf einen Strandurlaub. Doch die Zahl derjenigen, die eine Rundreise durchs Land buchen, nimmt zu. Wegen der Vielfalt an fernöstlichen Reizen auf engstem Raum, gelten diese Reisen auch als idealer Einstieg für alle, die es nach Asien zieht. Wer sich dabei besonders für Kolonialgeschichte interessiert, muss an der Südküste unbedingt die alte Hafenstadt Galle besuchen. Ein mächtiges Fuhr, das von den Portugiesen und Holländern erbaut wurde, umschließt hier eine gut erhaltene historische Altstadt mit einer Bausubstanz, die vorwiegend aus den Zeiten der Niederländer stammt. Galle war aber schon lange vor den Kolonialmächten ein wichtiger Handelsposten der Araber. Einige Forscher glauben sogar, die Stadt sei das im Alten Testament erwähnte Tarsis, in das schon König Salomo seine Handelsschiffe entsandte. Von den Zeiten kolonialer Herrschaft erzählt hier auch das alte pantomimische Maskentheater der Küstenregion. In dieser Szene werden zum Beispiel die Portugiesen, die im 16. Jahrhundert erstmals ihren Fuß auf den Boden Sri Lankas setzten, als blutrünstige Tölpel dargestellt, die mit brachialer Gewalt 150 Jahre lang das Land beherrschten. Das Tanztheater der Südküste will einerseits Brücken zwischen Vergangenheit und Gegenwart schlagen, andererseits erzählt es aus den alten Mythen und Legenden wundersame Geschichten von Göttern, Königen und Dämonen. Seine große Wirkung verdankt es vor allem den ausdrucksstarken Masken, die zum Teil über 100 Jahre alt sind. Zum Schnitzen der Masken verwenden die Profis am liebsten das weiche Holz des Kaduro-Baumes. Doch die komplizierte, traditionelle Art der Herstellung wird nur noch von wenigen solcher Familienverbände beherrscht. In vielen Küstenorten produziert man die Masken heute in großen Mengen als Souvenir für Touristen. Obwohl die Motive die gleichen geblieben sind, haben sie durch die Kommerzialisierung viel von ihrer magischen Ausstrahlung verloren. Die alten Masken sind dagegen wahre Meisterwerke der Schnitz- und Malkunst. Sie verwandeln jeden Darsteller in einen furchterregenden Dämon und wurden früher auch bei den traditionellen Teufelstänzen eingesetzt. Solche Zeremonien sind heute an der Küste nur noch selten anzutreffen. Die Dämonen, die ein Priester herbeiruft, müssen dabei mit Opfergaben dazu gebracht werden, die bösen Geister aus dem Körper des Kranken zu vertreiben. Diese Heilrituale dauern in der Regel von Sonnenuntergang bis zum nächsten Morgen. Und sicher wirkt sich auch der zeremonielle Aufwand, der für den Patienten erbracht wird, positiv auf seine Heilkräfte aus. Musik Unser nächstes Ziel sind nun die Dschungelgebiete im Innern der Insel, in denen auch noch einige der Ureinwohner Sri Lankas leben sollen. Auf dem Weg zu ihnen sind wir immer wieder überrascht von der ungewöhnlichen Vielfalt an Tieren, die hier in den Urwäldern unserer Wannen zu Hause ist. Sicher liegt es auch daran, dass ein Zehntel der Inselfläche als spezielle Rückzugsgebiete für sie zur Verfügung stehen. Außerdem ist für jeden Buddhisten der Schutz der kreatürlichen Umwelt eine religiöse Pflicht. Musik Von diesen Dschungelgebieten lebte einst auch das Jäger- und Sammlervolk der Vedda. Doch nachdem bereits ein Großteil ihrer Wälder einem ehrgeizigen Bewässerungsprojekt weichen musste, wurde auch das letzte verbliebene Stück Wildnis in einen Nationalpark verwandelt. Die vertriebenen Wildbeuter mussten sich größtenteils zu Bauern umerziehen lassen. Und ihr heiliger Berg, der wie ein riesiger Elefant aus dem Dschungel ragt, ist jetzt nur noch ein reizvolles Fotomotiv für Touristen. Lediglich eine kleine Gruppe der Vedda hat sich bisher standhaft dagegen gewehrt, ihre althergebrachte Lebensform völlig aufzugeben und wird nun schon seit mehreren Jahren am Rande des Nationalparks geduldet. Sie praktizieren hier noch ihre alten Rituale und Bräuche. Doch der Endzweck, dem sie dienen, existiert vielfach gar nicht mehr. Die Jagd, für deren Erfolg sie immer noch die Urwaldgeister anrufen, ist ihnen von den Parkbehörden strengstens verboten worden. Selbst das Sammeln von Honig wurde ihnen in den ehemaligen Jagdgründen untersagt. Dabei sind die Wetter immer äußerst schonend mit ihrer Umwelt umgegangen. Bienenstöcke werden von ihnen zum Beispiel grundsätzlich in Ruhe gelassen, wenn die Prüfung ergibt, dass die Honigwaben erst halb voll sind. Völkerkundler glauben, dass die Vedda zu den Draviden gehören, die einst auch Indien als erste besiedelten. Seit die Singalesen und Tamilen vor ungefähr 3000 Jahren von dort nach Sri Lanka kamen, vertrieben sie die friedlichen Jäger und Sammler immer mehr ins Innere der Insel. Heute gibt es schätzungsweise nur noch 4000 Wetter und die meisten von ihnen werden in die Umerziehungsdörfer der Regierung eingewiesen oder vegetieren in Notunterkünften dahin. So sind die Mitglieder dieser Sippe vermutlich die Letzten, die noch wie ihre Vorfahren zu leben versuchen. In stehenden Gewässern praktizieren sie sogar noch die alte Art des Fischens. Dabei betäuben sie die Tiere durch leichte pflanzliche Gifte, die sie im Wasser verteilen. Die Fische werden dadurch so langsam, dass man sie auch mit der Hand fangen kann. Doch die meisten Gewässer im näheren Umfeld sind so überfischt, dass sie kaum noch proteinreiche Nahrung bieten. So scheint den Waldmenschen, die früher als Jäger und Pferdenleser höchstes Ansehen genossen, heute nur noch der Weg in die Illegalität zu bleiben. Trotz des Verbots gehen sie ab und zu zur Jagd und bauen wie früher auf dem Land der Väter ihre Fallen, um Buschratten, Wildschweine und Affen zu fangen. Beutetiere, die hier am häufigsten vorkommen und nicht gerade auf der Liste der bedrohten Arten stehen. Seit der Vertreibung aus ihren Jagdgründen im Maduro-Gebiet leben sie in dieser winzigen Siedlung in der Nähe des Dschungeldorfes Dambana. Es sind nur noch 35 Menschen, die hier zum Feenlein der Aufrechten gehören. Einige halten sich neuerdings sogar Rinder und Hühner. Doch die meisten haben noch ihren Traum vom unabhängigen Leben als Wildbeuter, obwohl das Jagen mit Verbot belegt ist und drei ihrer besten Jäger gerade erwischt wurden und eine Strafe absitzen. Ihre Schwierigkeiten mit der Parkaufsicht und die ungewisse Zukunft sind auch immer wieder ein Thema beim Rat der Männer mit Häuptling Vanya. Wie bei allen wichtigen Ritualen wird dabei das landestypische Genussmittel Betelnuss gekaut. Hier kann man auch noch die eigene Sprache der Wetter hören. Doch der Häuptling weiß, dass es diese Kultur schon bald nicht mehr geben wird, wenn die Regierung sie weiterhin aus dem Land der Väter aussperrt. Die Wetter haben in dieser Region bereits vor Tausenden von Jahren Honig gesammelt und von der Jagd gelebt. Deswegen war es ein großes Unrecht gegen unser Volk, dass man uns vor ca. 15 Jahren verboten hat, den eigenen Wald zu betreten. Unser traditionelles Leben wurde damit zum Verbrechen erklärt. So werden wir immer dafür kämpfen, dass wir dieses Land, von dem wir vertrieben wurden, von den Behörden zurückbekommen oder dass uns wenigstens ein Teil davon als Reservat zur Verfügung gestellt wird. Für die Kultur der Wetter ist das die einzige Überlebenschance. Obwohl man nur allzu gut verstehen kann, dass Häuptling Van Yassipe zum traditionellen Leben im Dschungel zurückkehren möchte und sich so ihre eigene Kultur bewahren will, bleiben doch Zweifel, ob sich solche Wunschträume heute noch realisieren lassen. Das Schicksal anderer bedrohter Minderheiten hat immer wieder gezeigt, dass sich Entwicklungen nicht zurückdrehen lassen und dass sich die nachwachsende Generation eher von den Verlockungen der modernen Zivilisation leiten lässt, als von den Träumen der Väter. Auch diese Menschen hat letztlich ein großer Traum in den Dschungel geführt. Sie kommen von der Ostküste der Insel und sind fünf Wochen zu Fuß durch Urwald und Steppe marschiert, um an einem heiligen Ort Erleuchtung und Erlösung zu finden. Jedes Jahr kommen so tausende von Pilgern in das abgelegene Urwalddorf Kadaragama. In der Zeit des Vollmonds im Juli wird hier zehn Tage lang ein religiöses Fest gefeiert, bei dem die Gläubigen auch durch Kasteien des eigenen Körpers ihre Hingabe an den Gott demonstrieren. Kadaragama ist wieder ein Pilgerort, der Hinduisten genauso magisch anzieht wie Buddhisten. Und innerhalb der heiligen Städten versteht man sich hier als große Gemeinde. Die Gemeinsamkeiten gehen sogar so weit, dass buddhistische Priester in hinduistischen Tempeln nach den dort üblichen Regeln Dienst verrichten. Dass Kadaragama zu einem Ort göttlicher Kraft wurde, verdankt das Dorf einer uralten Legende. Der indische Kriegsgott Skanda soll hier dem Zauber eines schönen Mädchens vom Jägervolk der Vedda verfallen sein und dadurch eine Zeit lang in der Dschungelregion gelebt haben. Skanda ist für die Gläubigen ein besonders mächtiger Gott, weil er gegen böse Dämonen schützen kann. Eine Lanze, wie er sie stets bei sich trägt, verwenden die Pilger gern bei ihren Kasteiungen. Auch für die Moslems ist Kadaragama schon seit Jahrhunderten ein heiliger Ort. Sie glauben, dass hier das Wasser des ewigen Lebens zu finden sei, von dem ihre religiösen Schriften berichten. Zu ihren wichtigsten Andachtsstätten zählen heute die Gräber von berühmten muslimischen Asketen, die sie täglich mit solchen Prozessionen ehren. Während der Festtage herrscht an dem Fluss innerhalb des Tempelgeländes immer Hochbetrieb. Und da sein Wasser als heilig gilt, sind hier rituelle Waschungen eine der Möglichkeiten, um mit den göttlichen Kräften in Berührung zu kommen. Der Glaube an die göttliche Aura des Ortes motiviert auch die Pilger, sich immer wieder mit solchen Kasteiungen ihrem Gott zu Füßen zu werfen und ihre grenzenlose Opfer- und Leidensbereitschaft zu verbringen.